Musik Verehrte Gäste, ich danke Ihnen, dass Sie an diesem ungewöhnlichen Experiment teilnehmen. Wenn ich mich bei Ihnen vorstellen darf, mein Name ist Professor Thor Magnusson. Ich bin Vorsitzender des Verbands Deutscher Okkultisten und international als Medium und Spiritist tätig. Ich kannte Sarah Leandros gut. Die von uns allen verehrte und geliebte junge Schauspielerin hat mich oft um meinen spirituellen Rat gebeten. Vor drei Tagen ist sie zu unserem unendlichen Bedauern in die jenseitige Welt übergetreten. Wir erinnern uns. Es passierte an genau dieser Stelle, hier im Separé der Kakadu Bar. Sie alle feierten den Abschluss der Dreharbeiten von Der Rote Engel. Die von der Dreharbeiten von Der Rote Engel